Jo, willkommen zurück bei World of Warships und wir sind mit der Aoba unterwegs. Ich habe sie jetzt trotzdem geholt. Ich kann noch mal hören, wie das mit dem Ding läuft. Die haben jetzt noch nie gehabt. Jo, ist doch gut, Jungs. Hören doch auf in der Sommerklimper, gell, dorthin, dorthin. Wir wissen es ja. Naja, Colorado und Lex noch mal. Oder wird sie. Man sieht doch nie vielleicht hinter das Zimmer. Und dann macht doch jetzt ein Abspiel dort der Leine nachgefahren. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Das ist auch nicht schön. Dann können wir die Streitkräfte noch nicht gehen. Das ist auch nicht schön. Dann können wir die Streitkräfte noch nicht gehen. Halb preise Nummerne ... ... ... ... ... ... Oh Gott, wenn ich sie da drüben bin. Oh, ich habe eine andere Fliege. Oh je... Und... ...pokontrobaana... ...e zera. Usta vak... ...o tu na... ...tikört net. Hier sitzen alle auf einem Sollte. Sollte. Hier sitzen alle auf einem Die haben dann die Vierter gestalten. Ein Mal haben. Die Leute haben natürlich auch die Tiers vor der Reichweite. Genug Abwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Schön. Stimmt aber. Was haben wir da? Spenzen. Ich habe schon nicht mehr vorhanden. Ja, das habe ich doch gedacht. Das habe ich doch fast noch gedacht. Dass wir hier irgendwie zusammen lassen. Wir sitzen hier aber auch alle auf einem Haufen oben. Ich habe es sehr elke. Wir saßen vor. Ich habe es noch ein paar Erwerber. iten sie? nicht. Ich bin da. Es ist noch ein E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Torpedos auf Backbord Ja, Ops, das sehe ich Torpedos auf Backbord Mjoki Ah, mein Heimat Raff verklangt Wie schön Ahh Das kann er nicht hängen Entschuldigung Das ist ein Stopp Das ist ja vor ziemlich jahre vor, was er da geht. Das ist ja nicht so gut. Ich bin ja auch hier bis zum Teil. Ich bin jetzt hier. Und noch mal. Jaa, wir haben ja einer ganz interessant mit der Rote. Sehr schön. Sehr schön. Torpedus, Achterhaus! Feuer, gut, Jäger, ich bin zum Schiff zurück. Was? Hier stimmt hier fast. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Es hat Spaß gegeben, die Orte vorgegriffen. Es ist nicht so gut, Plexington allein. Im Plexington ist allein. Spannend nicht. So dreht er jetzt allein wieder. Es wird abgefunden. Ja, du bist doch ein volldraht und du tut das auf. Ja, jetzt hast du den Folge. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, ich habe erzählt, ich muss noch Geschichten machen. Ja, und der Felser, das ich hatte, der ist da fast noch. Ich habe viele Stimmen, dass unser Team benutzt. Ich habe die Monarchie gehen und ich habe dann wieder zu 느낌. Ich habe die Monarchie nicht gekauft. Ich habe die Monarchie nicht gekauft. Ich habe keine Monarchie nicht, das war die Monarchie. Ich habe die Monarchie nicht gesetzt. feueralarm problem gelöst oh je hab ich gut gefressen hab ich gut gefressen oh und fertig das war eine Niederlage das war eine Niederlage was haben wir da das ist ein Schiff ja blablabla es braucht man so viel ja da haben wir aber unsere Niederlage gefahren ja es ist auch noch das Schiff ist auch noch das Schiff aber sie ist nicht leid finde ich ist gar nicht so leid also dann war es das mal mit der Aoba die wir mal noch voll ausbauen ja Kapitän hat ja noch nicht viel aber gleich also danke uns für die oder bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020